Und hier sind wir auch wieder mit Mid-Rate Zero Mission, da begrüße ich euch mal wieder. Crate wurde erfolgreich ausgeschaltet, das wisst ihr ja mittlerweile bereits, und jetzt gehen wir hoch, denn ich vermute mal, unser Weg führt uns nach oben. Es hackt wieder, keine Ahnung warum. Ridley. Bewegt es sich auch mal? Ah, okay. Okay, Entschuldigung Menschen, es geht gleich wieder weiter. Und jetzt geht es auch wieder weiter, hallo Menschen. Nein, es hackt immer noch, warum hackt es? Äh, Mann, okay, wenigstens geht es jetzt hier neu weiter. Oh, Herr, das darf doch echt nicht wahr sein. Okay, Menschen, ganz kurz unterbrechen nochmal, bis gleich. So, jetzt aber müsste es... Ja, es hackt weniger, okay. Okay, wohin führt unser Weg? Nach Norfair? Und dann? Da runter. Zieh mal einer an, aber da geht es auch gar nicht runter. Oder doch? Energie und Rakete. Oh, 105 Raketen schon, das ist super. Okay, es... Es hackt weniger. Okay, das ist schon mal etwas erfreulich. Keine Ahnung woran es liegt, vielleicht vertragen sich Fraps und mein Emulator hier nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dürfen wir nur noch Norfair. Ups, ups. Ah, doch, es läuft etwas schneller. Lieber wäre es mir, wenn der Emulator hier mit 100% arbeiten würde und nicht mit schlappe... ...noch was Prozent. Okay, hier hoch, hier hoch, dann hier. So, komm. Wow. Doch, also lieber, wenn es mir jetzt hier ein bisschen schneller laufen würde. Nein, ich muss mich nicht aufladen. Okay, wie lange muss ich? Ich muss hoch und dann rechts und runter. Okay. Ab und 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 ab. Ab und 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 ab Jetzt runter. Hack, 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 hack. Woher? Oh, hopp. Stimmt, jetzt darf ich ja hier wieder. Hops, wunderbar. Oh, Charge Attack, genau. Ah, ja, das sieht doch cool aus. Oder dass es cool, ja, ist, er füllt seinen Zweck. Dann mal runter. Norfair, wunderbar. Okay, einen Moment. Schuss, Schuss, gut. Runter, dann wie lang jetzt überhaupt? Links oder rechts? Versuch's mal rechts. Würde vielleicht Sinn machen. Speichern? Ja, Sicherheitshalber. Sicherheitshalber. Oh, Herr. Es hackt wieder. Warum hackt es jetzt wieder? Ah, jetzt geht's wieder. Stimmt, wir haben ja den... Oh, Gott. Wir haben den Speedbooster. Genau, vielleicht könnten wir jetzt ein bisschen hier Unruhe veranstalten. und Ruhestiften. Oh, es hackt wie die Sau. Und die FPS zerstürzt man so richtig in die Tiefe. Genauso wie der Emulator. Ich glaube, ich habe eine Idee. Kann es sein, dass mehr... Uiuiuiui, lalalalalala. Okay. Dann gib mal Gas, Samus. Okay. Ah, genau. Ich habe es doch geahnt. Und dann hier lang. Auch wieder angenehme Hitze. Keine übernatürliche. Eine... Toll. Vollgas. Eine grüne Tür. Und ich habe immer noch nicht das richtige Equipment dazu. Och, okay. Komm, schaffe ich es? Nein, ich schaffe es nicht. Wunderbar, da gibt es die Highjump Boots irgendwo. Wird mich nicht wundern, wenn es hier wirklich sogar... Wenn der Punkt zu den Highjump Boots führen würde. Komm, ab. Und... So, hier rein. Sind wir hier richtig? Ja, wir müssen hier sogar... Highjump, ich habe es doch mir gedacht. Vergrößert maximale Sprunghöhe. Ermöglicht Sprung mit Morph Ball. Ah. Oh ja, tatsächlich. Das ist cool. Wir müssen nicht mit den... Morph Spring Ball irgendwie... Wie heißt... Aua. Heiß. Heiß. Ähm... Na komm, sag's mal, wie heiß suchen. Sondern das kann man jetzt mit dem... Mit den Highjump Boots. Das ist cool. Heiß. 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 Also mir persönlich... Ich muss ehrlich zu... He. Ha. Also mir persönlich... Ich muss zugeben, das Spiel macht mir jetzt... Macht mir immer noch großen Spaß. Obwohl es ein bisschen... Hier abkackt und... Aha. Was sind meine Augen da? Oh ja. Muss ich hier links? Ich gehe jetzt mal hier links. Okay. So, dann mal hier rein. Was hast du uns mitzuteilen, Shoso? Shoso sagt, wir müssen... Nach Brainstall. Und dann? Dort hoch? Ich meine mich zu erinnern, dass es da irgendwie noch hoch geht. Wenn ich mich nicht getäuscht habe. Von Energie. Energie. Waffen und Energie jetzt. So. Raketen. Raketen. Das ist ein Scherz. Oh. Noch ein Geil. Oh Gott. Was zum... Was zum Geier war das? Eine Metroid... Metroid-Larbe? Oder... Aber ich will jetzt mal kurz noch hier lang. Was natürlich nichts bringt. Och, genial. Ich habe gedacht, ich komme irgendwie noch weiter runter. Von wegen. Also muss ich doch hoch nach Brinstar. Hopp. So. Und... Oh, Herr. Oh, Herr. Ja. Schnelle Methode, um hochzukommen. Aber was mir irgendwie Sorgen bereitet. Wir haben noch nicht den Various-Suit. Ich hoffe, dass wir den mal noch bekommen. Und es hackt. Na, lecker. Hä? Warum klappt das jetzt nicht? Nochmal. Hä? Jetzt hat... Ah. Och, schade. Hätte ja klappen können. Nochmal. Will ich es mal so versuchen. Wow. Was für ein Schlag. Speichern? Ja. Jetzt weiß ich nicht. Haben wir noch Zeit? Gott, ich bin mir unsicher. Speichern. Auf alle Fälle. Ich würde mal sagen, ich beende doch mal Sicherheitshaber die Folge. Und in der nächsten Folge geht es wieder weiter mit Mid-Raid Zero Mission. Bis dann und dann. Macho Maga für heute. Au, one, out. Tschö, Mitte. Tschö. Tschö.